Das ist Geflügelhack. Wollen wir mal gucken, ob die kleinen Babys da schon dran gehen. Jolly weiß schon, dass es schmeckt. Die Welpen, die haben noch den Instinkt, den Kopf hochzuheben, weil sie die Mutter zu suchen. Auch Joker ist schon mal interessiert. Jawoll. Na, noch nicht so dicklich? Komm Kleiner, probier mal. Okay. Okay. Schau mal. Schau mal. Wie gesagt, das ist der erste Versuch. Aber auf alle Fälle sind die schon mal sehr interessiert. Die kleinen Kerlchen. Und sie gehen auch dran schon. Das ist jetzt also Fütterungszeit. Die haben richtig Kohldampf. Die kriegen natürlich auch noch ihre Milch. Aber die dürfen auf alle Fälle schon mal ein bisschen probieren. Und das ist auch gut so. Die drei Jungs haben jetzt schon mal alle probiert. Aus der Hand klappt es noch besser. Ja, ja. Ist ja gut. Guck mal hin. Guck mal hin. Wie gesagt, das müssen die jetzt erstmal lernen, dass man aus dem Naps so richtig fressen kann. Ja, Kleiner, alles gut. Aber sie fressen schon, wie man sieht. Damit habe ich schon ganz, ganz viel erreicht. Das ist natürlich super. Dann kann ich vielleicht doch bald wieder schlafen. Ja, das ist alles noch ganz schwierig, wenn man so klein ist. Sehr gut. Das kriegen sie von mir jetzt von jeder Mahlzeit angeboten. Ein bisschen Fleisch. Dann können wir mal gucken, dass wir schnell richtig fressen können. Haben die schon gut gemacht. Dann habt ihr es auf alle Fälle leer. Ja. 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 Ja.